Ab dem 15. Januar 2017 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2014 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.125 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.